Hat sie überall Lichter? Kann ich denn, ich will die ansehen, ich will da irgendwas mit machen, oder? Aber man sieht schon, es hat sich sehr, sehr viel verändert in dieser Welt. Ist viel freundlicher geworden. Sie kommt zu ihrer alten Pracht zurück. Sehr schön. Ähm, die Frage ist jetzt nur, da könnten wir weiter, da will ich nicht weiter, haben wir letztes Mal schon gehabt. Wo geht's zum nächsten Level? Also singen, singen geht, geht net, singen geht net, ne. Also wir haben jetzt eigentlich keine neue Fähigkeit bekommen, ist das so? Ich guck jetzt mal hier oben lang. Dann wird's hier vielleicht irgendwie weiter können, aber da wird wahrscheinlich wieder diese, ne, da ist auch wieder zu. Wo ist der neue Level? Wahrscheinlich auch einer der letzten Level, denn... So lang soll das Spiel nicht gehen. Ich bin jetzt eigentlich schon in der Aufnahmedauer. Oh. Okay. Das war letztes Mal tatsächlich nicht. Da hat sich architektonisch schon einiges gewandelt. Gehen wir da rüber. Da haben wir den Level. Ist das schön hier. Wow. Und wieder eine lange Treppe nach oben. Und da leuchtet was. Was haben wir denn da? Huch. Das folgt uns. Ah. Okay. Werden da für uns etwa Treppenstufen in den Himmel gebaut? Oder erst sichtbar? Oder erst sichtbar? Ich weiß es nicht. Schön. Da kann ich mich nach oben... ...katapultieren lassen. So. Perfekt. Halt. Ach so, brauche ich gar nicht. Hm. So. Wunderbar. Hier geht es auch nochmal nach oben. Immer weiter nach oben. Sehr schön. Oh. Jetzt sind wir draußen. Schön. Hier haben wir jetzt schon Vegetation. Ganz viele Blumen. Ganz viel Grün. Ganz viele Pflanzen. Die Lebewesen vermisse ich ein bisschen, aber... ...da sind ja welche. Hallo. Was machen die? Huch. Um Gottes Willen. Okay. Die haben die mich... ...haben die mich teleportiert? Oh. Oh, 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 oh. Okay. Da bin ich nach oben gefallen. Ich habe verstanden das Prinzip. Da geht es nach oben. Schwupp. Da habe ich nicht viel Zeit, ganz offenbar. Muss ich mich beeilen. Aber das scheint machbar. Hui. Und wo bin ich? Hier. Da oben ist was. Aber wie komme ich da hin? Weiß ich nicht. Indem ich mich beeile und... ...den hier mache. Okay. Ähm, schön. Ähm, verschwindet jetzt auch bald. Oh, guck mal. Den habe ich gefunden. Und jetzt bin ich hier. Gut. Schön. Haben wir das schon mal. Bin ich jetzt einen Stock höher? Ja, ich glaube ich bin jetzt einen Stock höher gerade. Ähm, aber hier ist ja sonst nichts. Hier ist ja nichts. Oder, 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 oder? Sehe ich hier. Muss ja irgendwie wieder zurückkommen. Nein. Gut. So, ich glaube, ähm... Da haben wir was gefunden. Ja, schön. Ähm, ist das das, was wir wollten? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls gefällt mir die Welt schon viel, viel besser so. So, ähm... Oh. Ich kann nur nach rechts. Okay. Dann gibt es da wohl noch ein bisschen mehr zu entdecken, als ich gerade gesehen habe. Ich dachte, ich habe nur das eine Ding jetzt eingesammelt. Dann, äh, machen wir das eben nochmal. Wir sehen ja, wie es geht. Und ich spring da einfach, ähm, nicht da oben lang, sondern da links den Weg entlang. Den hier. So, ups. Oh, nein, 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 nein. Nein. Kann ich, kann ich, kann ich? Reicht das? Jawohl. Das passt. Uh, knapp. In der Luft noch gerettet, sozusagen. So, einmal. 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 So. Dann muss das ja eigentlich hier weitergehen, oder? Dann muss ich jetzt auch hier irgendwie. Kann ich mit, mit L? Ich probiere immer wieder, weil vorhin L war, aber das geht nicht. Vielleicht geht das nur in, in manchen Stellen irgendwie hier vielleicht. Guck mal da. Nee, auch nicht. Hm, ich drücke wild auf L, aber da passiert nichts. Die kann doch nicht zingern, ganz offenbar. Hm, ja, aber da muss es doch jetzt irgendwie weitergehen hier. Da muss es doch hier noch irgendwas geben. Kann doch nicht sein. Ich kann hier wieder nach unten springen. Das geht. Dann probieren wir es eben nochmal. Und ich gehe nochmal ganz nach oben, aber... Weiß nicht, ob das der richtige Wege ist. Ich probiere es einfach nochmal. Vielleicht habe ich wirklich was übersehen. Soll ja durchaus mal vorkommen. So, und dann, ähm... Hui! Hui! So, jetzt sind wir hier oben. Da rechts geht es, ging es weiter, aber da ist nichts. Deswegen will ich da nicht drin springen. Ich will nicht in die Tiefe springen. Das haben wir eingesammelt. So, und jetzt... Spring ich mal hier rüber. Und lande hier. Hä? Ah, guck, guck mal hier. Hier, ah. Ich habe das gar nicht gesehen. Also manche, manche, ähm... Manche Interaktionselemente sind schon sehr gut versteckt. So, und hier kann man wieder nach oben. Hui! Hui! Okay. Ähm... Ah, die kann ich einsammeln. Dann kann ich da nämlich nach... Dann kann ich da rüber springen wahrscheinlich. Jawohl. Dann kann ich da reinspringen. Wunderbar. Da haben wir wieder eins. Jawohl. Sehr gut. Dann kann ich, ähm... Hier, guck mal da. Da kann ich durchbrechen. Dann lande ich hier unten. Auch gut. Dann kann ich wieder hier rüber springen, gleiten. Was auch immer. Und kann wieder nach oben. Was habe ich jetzt? Uh! Oh, ging das nicht? So, und dann kann ich die andere Seite nehmen. Ähm... Nein! Probieren wir nochmal. So, jetzt haben wir es. Perfekt. Eine Stufe höher. Hui! So. So. Da oben ist wieder so ein, äh... Woh! Ha! So. Ähm... Was passiert da unten? Nichts, ne? Dann kann ich hier... So. Und dann kann ich hier... So, so, so. Ne, das geht nicht. Aber hier links kann ich... Bestimmt. Jawohl. Und dann kann ich hier wieder den... Wasserfall hochschwimmen. Was ist da? Äh... Nichts, nichts, nichts. Da ist nichts. Dann... Gehen wir mal... Auf die Seite. Uh! Uh! Nein, 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 nein. Das war nicht gut. Aber... Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Oder in einer anderen Aufnahme wahrscheinlich schon gesagt. In dem Spiel mache ich manche Dinge... Gerne noch einmal. Da kann ich durchbrechen. So. Also ich finde es interessant, wie wir unsere Fähigkeiten mittlerweile echt kombinieren müssen. Und weiterkommen müssen. Nur das Ding klappt noch nicht so. Na, guck mal, da geht eine Treppe. Da kommt eine Treppe. Die muss man offenbar nicht sehen. Nur mit Hilfe dieses... Freundes hier. Ähm... Da komme ich nicht hoch genug. Nee. Da komme ich nicht hoch genug. So, kann ich jetzt zwei einsammeln? Nö. Nur einen. Okay. Aber guck mal hier. Da sehe ich was. Da sehe ich was. Da kann ich doch bestimmt... Wunderbar. Wuii. Ähm... Und nun? Da haben wir nichts. Ähm... Da war... Da war nämlich... Da war... Da war vorhin was. Aber das war nur sichtbar. Als ich den hier bei mir hatte. Oh, der geht doch nicht mit mir mit, oder? Doch, der geht mit mir mit. Okay, perfekt. Der geht mit mir mit. Oh Gott. Ich spring hier quasi ins Ungewisse. Ähm... Okay, nach unten kann ich nicht. Nein. Okay. Dann nochmal. Okay, ich darf hier nicht drunter springen, weil sonst springe ich ja wieder an der gleichen Stelle wie gerade eben. Das war nicht sehr produktiv. Aber wir können es hier nochmal machen. Ui, ui, ui. So. Dann springen wir da hoch. Und springen da hoch. Und springen da hoch. So. Gut, jetzt muss ich weiter auf der anderen Seite. Gibt es wahrscheinlich dann auch solche. Jawohl. Die gibt es da. Wunderbar. Nein. Nein. Tja, da habe ich das Ziel schon weiter vor dem virtuellen Auge gehabt, als es in Real war. Um es mal so auszudrücken. Naja. Wir wissen, wie es geht. Deswegen können wir es ja problemlos nochmal machen. Aber es ist schon ein ganz komisches Gefühl, quasi ins Nichts zu springen. Nichts wissen oder erst während dem Flug quasi zu erkennen, wo ich dann überhaupt hinspringe. Ähm, ja. Was hat mir das jetzt gebracht eigentlich? Nichts. Jetzt bin ich ja wieder hier. Das, hä? Das hat mir gar nichts gebracht. Hä? Hä? Da war ich doch gerade schon. Verstehe ich gerade nicht. Hä? Wo? Gibt es da noch einen anderen Weg? Habe ich gerade... Hä? Ich mache es nochmal, weil das ist der einzige Weg, der geht im Moment. Habe ich da irgendwas übersehen gerade? Ich glaube, ich hätte da nicht runterspringen sollen, aber... Hä? Mal umgucken, bevor ich dann den Weg nach unten nehme. Weil das wird nicht der Weg sein, den ich einschlagen muss. So, nochmal. So. Und jetzt? Und wie ich da rüberspringen? Aber das... Ne, da ist zu. Hä? Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Das ist doch der einzige Weg, der geht gerade im Moment. Oder bin ich doof? Dass ich sehe gerade keinen anderen. Das muss doch einen Sinn haben, dass ich da... Dass ich da so hochspringen kann. Das kann doch nicht sein. Kann ich mit den Dingern hier irgendwas machen? Nee. Oh. Mein Licht ist weg. Ne, da kann ich nichts machen mit den Dingern. Hä? Hä? Weiß ich gerade wirklich nicht. Nochmal. So, ich mach nochmal, weil das... Irgendwie der einzige Fick scheint, der mir... So scheint, als könnte es der Richtige sein. Kommt hier noch was? Nee. Da kommt nichts. Guck mal, da hat er... Uah, da ist eine Wolke. Guck mal, da ist eine rote Wolke. Macht die irgendwas, die rote Wolke? Kann ich da singen drin, oder? Nee. Äh, ich... Ich verstehe es ja nicht. Ich verstehe es gerade überhaupt nicht. Wo... Hä? Ich stelle mich gerade, glaube ich... ein bisschen doof an. Wo, 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 wo kann ich... Wo kann ich denn sonst noch hin? Ich kann ja nur da hoch. Rechts und links geht, ne? Zwei von den Lichtern einsammeln kann ich auch, ne? Das habe ich ja schon probiert. Ich kann hier hoch springen. Und das... Äh... Und das scheint ein richtiger Weg zu sein. Ist das eine Plattform vielleicht hier oben? Ich kann da vielleicht drauf springen, ne? Vielleicht geht das. Vielleicht kann ich auf diesen, ähm... Da, wo das rote runterhängt, vielleicht kann ich da drauf springen. Vielleicht ist es eine Plattform. Denn Plattformen erkennt man in diesem Spiel tatsächlich manchmal etwas schwer. Manchmal weiß ich wirklich nicht, wo ich drauf springen kann und wo nicht. Aber ich kann ja gar nicht so hoch springen. Ich kann... Ich kann ja gar nicht so hoch springen, dass ich da drauf käme. Ich, ich, ich komme gerade... Ich komme gerade nicht weiter. Sorry. Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Hm. Was könnte es denn noch sein? Das ist jetzt die Frage. Hm. Also klar, ich kann hier hoch. Das ist gut. Das ist, äh, schön. Ja. Das scheint mir auch der richtige Weg zu sein. Aber dann komme ich nicht weiter. Ich übersehe... Irgendwas übersehe ich. Ich gehe nochmal hin. Mich packt der Ehrgeiz. Aber... Und was, was könnte es sein? Hier komme ich hier irgendwie. Kann ich hier vielleicht... Nee. Okay. Jetzt habe ich die Lösung. Jetzt habe ich die Lösung. Okay. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Also mit dem Stein. Ich habe es ja... Ich habe es ja... Ich habe es ja gerade schon gemerkt. Aber ich habe mir zu weit gedacht. Oh Gott. Da muss ich aber dann... Da muss ich dann aber auch... Wirklich schnell reagieren. Ich verscheuche die quasi mit meiner... Steinfältigkeit. Alter, aber so schnell kann ich doch da nicht drücken. Aber so schnell kann ich doch da nicht drücken. Alter, das... Boah. Ehrlich? Muss ich das so schnell drücken? Probier es nochmal. Da habe ich ja gerade mal... Da gab es mal einen halben Meter Platz. Nochmal, ich probiere es nochmal. Jawohl, jetzt habe ich es. Okay, wunderbar. So, jetzt bloß nicht runterfallen. Okay, da wären wir. Schön am Mond da oben. Da bekommen wir eine Fähigkeit. Ganz offenbar. Da geht es weiter. Ich springe mal hier rüber. Oder? Soll ich mal gucken, was dein Wasser ist? Wir können ja schwimmen. Auf jeden Fall ist es ruhig. Die Musik... ...hat aufgehört zu spielen. Okay, die Wasserwelt ist größer, als ich dachte. Aber es scheint auch wieder nur so ein Weg zu sein, wenn ich da runterfalle, dass ich wieder zurückkomme. Deswegen... Geben wir auf die Treppe mal hier... Ui, ganz geschwind nach oben. Okay. Huh. Hallo. So, ähm... Da kann ich entlang schwimmen. Guck mal, da habe ich wieder die Dinger hier. Die gehen mit mir mit. Dann kann ich aus dem Wasser springen. Die Frage ist nur, wohin? Die Frage ist nur, wohin? Achso, guck mal, hier komme ich gar nicht weiter. Da ist zu. Hm, gut. Wo springe ich da hin? Wo springe ich da hin? Wo springe ich da hin? Ich weiß es nicht. Ich muss irgendwo noch einen Punkt haben, wo ich da hoch... Ja, ähm... Da hoch vielleicht. Ja, da hoch muss ich. Genau, da muss ich da hoch. Okay. Guck mal, die sind auch passenderweise an der richtigen Stelle. Oh, grad so. Gut. Wunderbar. Dann können wir da nach oben. So. Gut. Da sind wir. Da geht's dann wohl weiter. Uiiiiiii. Uiiiiii. Vielen Dank.